Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin Sabir, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge OMSI. Ja, wir sind heute mal wieder mal in München unterwegs, denn da gab es bereits zwei Updates, die wir uns noch nicht angeschaut haben und das möchte ich jetzt hiermit nachholen. Das ist natürlich die Demo hier aus der Karte München, dem Payware-Aidon, welches ja noch im Laufe des Jahres erscheinen soll im Steam-Store und ja, deswegen würde ich sagen, schauen wir uns heute die Linie 50 an Richtung Hauptbahnhof und damit ist alles gesagt, wir steigen ein und fahren mal eine kleine Rund. So, natürlich ist, muss man immer sagen, die Performance ist noch nicht so ganz optimal. Ich muss aber sagen, ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige, der hier so ein paar Probleme hat mit der Performance auf der Karte. Müssen wir mal gucken, dass sie das vielleicht irgendwann zum Endprozess irgendwie besser hinbekommen, dass das Ganze halt besser läuft. So, wir haben fünf Minuten, das ist gut. Wir müssen Richtung Hauptbahnhof, das ist also die Route 32. Also, die Linie 150, Route 32. So, Ringlinie. Am Anschalt aus der Hauptbahnhof, so sieht sie aus. Ha, wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, fünf Minuten haben wir ja noch, von daher können wir jetzt mal eine kleine Foto-Session hier machen. Ja, das Problem ist, jetzt gerade haben sie Lotus aufgenommen und es ist wieder alles anders. Es ist wieder alles anders, jetzt muss man sich erstmal wieder an der ganzen Steuerung dran gewöhnen und alles was. Also, das ist ja auch was. So, so haut es doch schon besser hin. Machen wir mal ein Bild von fünf Minuten. Wie gesagt, haben wir noch. Das heißt, wir können den Motor mal starten. Und ja, die Demo könnt ihr euch natürlich all kostenlos runterladen. Das kostet euch kein Geld bei Steam. Also, auf Steam könnt ihr euch das Ganze runterladen. Das ist absolut empfehlenswert, um mal ein bisschen zu gucken, um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen zum Add-on. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr nette Geste vom Entwickler. Hätte er nicht machen müssen. Man kann es auch einfach verschieben, ohne dass man da irgendwie was erwarten kann oder sowas. Also, finde ich persönlich, von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Auch, dass die die Demo immer noch updaten, das finde ich sowieso noch persönlich eine ziemlich coole Sache. Das ist alles halt nicht selbstverständlich, ja, also finde ich. Aber, nun gut, da kann man sich wahrscheinlich wieder drüber streiten oder sowas. Und der ein oder andere ist da wahrscheinlich schon wieder absolut abgenervt, ja. Aber wie gesagt, also, ich finde das vollkommen in Ordnung. So, so, und jetzt, so, und. Das Schild wirkt irgendwie ein bisschen überdimensional in sich. Ja, natürlich, dass ich jetzt ja hier auch selbst Objekte bauere und alles sowas, ne. Achtet, guckt man ja schon mal so ein bisschen, was könnte man da so bauen für seine eigene Karte zum Beispiel. Ähm. Da kann man sich schon ein bisschen was abgucken von. Oh, also die Performance ist ja immer noch so gut. So, das zeigt jetzt hier aber die Fahrgäste ein. Das hatten wir ja auch nicht. Von der ersten Fassel, die wir ja gespielt hatten, das sind ja die Fahrgäste irgendwie nicht eingestimmen. Fand schon guter gewählt. Aber jetzt funktioniert das Ganze auch. Und wir haben endlich Fahrgäste im Bus. So. Wir haben immer noch gute Zeit. Das Schlimme ist, dass mich ja dieser ganze Bus hier einfach an dieses, äh, von, ähm, TMS Studios einfach so stark erinnert, ja. Der ganze Bus, also die, die ganze Aufmachung halt, gab ja hier von, ähm, City Bus Simulator München oder sowas war das ja gewesen. Da hat es ja auch den MAN als, äh, Gelenkvariante. Und das war einfach so schlecht. Das war einfach so schlecht gewesen, ja. Ich meine, man hat ihn zwar gespielt, es gab halt, ähm, nicht wirklich große Alternativen. Obwohl doch, es gab auch um sie, zu der Zeit schon. Ähm, also gab es doch eine bessere Alternative. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat es durch die Grafik, ja, TMS Studios kann halt wunderbar mit Grafik umgehen. Sah es halt wirklich immer sehr gut aus, ne. Und, ähm, ja, wenn ich mir jetzt mal den Bus jetzt hier angucke, hier aus München, ja, muss ich immer an, an, an das, äh, gottenschlechte Spiel von TMS Studios, äh, denken, ja. Tja, guten Tag, sagt man, ne. Oder ist das hier nicht mehr angebracht wie in München? Was ist los? Pinakotheken. Pinakotheken. Ja, das ist ja eigentlich eine ziemlich coole Sache, ja, dass das hier mit drin ist. Also eigentlich großartig für die Münchner, oder? Schönes Omsi-Add-on, geiles Straßenbahn-Add-on für Lotus, ja, also eigentlich kann man sich da doch nicht mehr beschweren, dass nie was für München kommt. Jetzt, finde ich mal, ist Berlin mal wieder an der Reihe. Aber kommt ja auch. Sobald ja der Lotus-Simulator fertig ist, haben wir denn noch eine schöne Straßenbahnstrecke hier in Berlin. Das ist natürlich nicht mehr ein, ne. Ach so, okay, das ist einmal schluss. Alter, jetzt habe ich gedacht, jetzt, ne, versteh mal. Haut er jetzt hier noch, äh, schön mir die Karre kaputt oder was muss. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Die Fahrräder kommen mir ein bisschen mit Hand vor, aber nee. Dadurch, dass das ja eine Einbahnstraße ist, oder? Ich weiß es gar nicht. Na doch, das ist immer nur eine Einbahnstraße. Jetzt haben wir natürlich Bockmiss gemacht. Normalerweise hätten wir ja rüberfahren können. Technische Universität Der Bus wird auf jeden Fall voll, der Bus. Aber doch, die Performance hat sich auf jeden Fall verbessert. Königsplatz. Umstieg zur U2. Change here for U2. So, hat sich auf jeden Fall verbessert, die Performance. Ab und zu machen wir noch die kurzen Aussätze oder sowas. Es wird ja auch empfohlen, ähm, den 4 GB Patch vorher zu installieren, ne. Bevor ihr, ähm, die Lotus Map spielen wollt. Was ich gelesen habe, wird die tatsächlich sogar mitgeliefert. Also, müsst ihr ja jetzt nicht ewig im Internet suchen oder sowas. Schaut da einfach mal im Installationsverzeichnis nach. Ihr könntet da eventuell Glück haben. Aber mittlerweile, denke ich mal, braucht man das auch nicht mehr sagen, dass das halt einfach schon Standard sein sollte, dass der 4 GB Patch halt installiert ist. Ihr müsst ihn ja auch nicht jedes Mal neu installieren, sondern ihr installiert das ja einmal und dann ist das ja eigentlich in der Regel. Elisenstraße. 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 Jetzt kann ich da gerade wieder, aber wer baut ja jetzt schnell auf da hinten. Dann baut er nicht so schnell auf, das ist das Problem hier in der Sache. Hauptbahnhof Nord, Umstieg zur U1, U2, U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U1, U2, U4, U5 und S-Bahn-Services. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change please. Ja, also würde ich sagen, es ist großartig. Performance hat sich auf jeden Fall verbessert, im Gegensatz noch zur ersten Anspiel-Session, die ich hier hatte. Ist natürlich, wie gesagt, nur eine kleine Demo. Das ist jetzt keine vollwertige Strecke hier, die ihr jetzt hier, wenn ihr euch kostenlos aus dem Steam Store natürlich besorgen könnt. Aber auf jeden Fall mal, allemal sollte man sich das mal anschauen. Ich denke mal, es ist auch ein guter Mensch, ob die Karte eventuell später bei euch ohne Probleme läuft. Ich bin παrétausher Zentrum. Ich binHNorta und sp width und gleiche Strecke hier. Ich bin Bloomo und darf es jetzt für eine Toilung davon ab und ich bin this Zaun 양 zu überlegen. So, wir werden aber zu unserem Pausenplatz fahren hier noch. Hier bitte wenden. So, und da bekommen wir unsere Auswertung. Es sind halt nicht wirklich viele Haltestellen, die ihr hier habt. Aber das geht in Ordnung. 5 Minuten Pause, dann geht es schon wieder weiter mit der nächsten Rute. Ja, also auf jeden Fall kann man sich das definitiv mal anschauen. Ja, also da gibt es jetzt nichts zu sagen. Ich finde es persönlich, das ist eine coole Geste vom Entwickler her, zu sagen, so passt auf, wir geben euch eine Demo, um halt diese Wartezeit zu verkürzen. Von daher sollte man da auch jetzt nicht meckern, wie sagt man immer so schön, einen Geschenkengau schaut man nicht ins Maul und von daher finde ich es eigentlich großartig. Auf jeden Fall, Performance hat sich deutlich gebessert, als noch in der Version 1.0. Wir sind jetzt in der Version 1.0.2 und wie gesagt, das Ganze wird halt noch permanent updated. Wann es genau rauskommt, ist immer noch unklar. Es wird halt gemunkelt irgendwas, wenn es jetzt noch aktuell ist, September. Aber auch da bin ich gar nicht mehr so hundertprozentig drin. Also wenn ihr da mehr Informationen habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare posten, würde ich mich sehr drüber freuen. Und allgemein könnt ihr auch mal so euer kleines neues Feedback jetzt hier eventuell abgeben nach dem Update 1.0.2, wie euch das jetzt gefallen hat. War es besser als in der ersten Anspiel-Session, dann schreibt es doch in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Und sonst, ja, machen wir es einfach kurz und knapp. Ich verabschiede mich hier und hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst den Like da. Und sonst sehen wir uns zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal wieder. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!